Hallo und herzlich willkommen bei Gartenseite. Heute soll es einmal wieder rund um das Thema Gartenbewässerung gehen. Hierzu werden wir euch heute den Schlauch auf Roller der Marke Parkside vorstellen. Wie man ihn montiert und wie dieser Aufroller im Praxistest abschneidet, erfahrt ihr in diesem Video. Viel Spaß! In der Vergangenheit haben wir euch bereits verschiedene Aufrollsysteme für Gartenschläuche vorgestellt und getestet, beispielsweise auch Schlauchwegen. Wir haben euch die dazugehörigen Videos in der Videobeschreibung verlinkt. Heute soll es wieder einmal um einen Wandschlauchaufroller gehen und zwar der von der Marke Parkside. Den haben wir beim Discounter Lidl für 60 Euro erworben. Das Video zum anderen Schlauchaufroller von Gardena haben wir dir ebenfalls in der Videobeschreibung verlinkt. Im Paket enthalten sind neben der Schlauchbox, dem Schlauch und Zuleitungsschlauch eine Bedienungsanleitung, die Wandhalterung sowie die Schrauben und Dübel zur Befestigung dieser Halterung. Auch eine Gartenspritze mit Durchflussregelung ist am Gartenschlauch bereits montiert. Der Zuleitungsschlauch misst eine Länge von 2 m, der ausziehbare Gartenschlauch hat eine Länge von 25 m. Laut Hersteller ist der Gartenschlauchaufroller für die gängigen Schlauchstecksysteme mit 1,5 Zoll Durchmesser geeignet. Das heißt, man braucht in der Regel keinen Adapter oder ähnliches anschaffen und kann auch andere Gartenspritzen, zum Beispiel der Marke Gardena, anschließen. Durch den Tragegriff lässt sich die Schlauchbox bequem von A nach B transportieren. Der Gartenschlauch wird durch seine Aufrollautomatik selbstständig aufgerollt. Mithilfe der Arretierfunktion lässt sich der Schlauch in beliebiger Länge feststellen. Eine rote Stoppvorrichtung am Schlauch verhindert zudem, dass der Schlauch komplett eingezogen wird. Damit der Schlauch nicht beschädigt wird, findet sich eine rote Markierung am Schlauchende. Ab der Markierung ist somit die maximale Ausziellänge erreicht. Am Schlauchanfang ist ein Hinweisschild angebracht. Hier wird darauf hingewiesen, dass man beim Wiederaufrollen den Schlauch festhalten soll, da es sonst wegen der hohen Aufrollgeschwindigkeit zur Beschädigung kommen kann. Zum Montieren der Wandhalterung wird zunächst an der Wand markiert, wo der Aufroller später hängen soll. Achtet beim Markieren darauf, wo der Schlauch in eurem Garten hinreichen soll. Der Aufroller lässt sich maximal 180 Grad schwenken. Wir benötigen für unsere Beete lediglich einen Schwenkradius von 90 Grad, weshalb wir die Halterung in der Nähe der Ecke platziert haben. Nun werden die Löcher mit einem Bohrer in die Wand gebohrt und die Dübel eingesetzt. Zum Schluss wird das Ganze mit Schrauben festgeschraubt. Im Anschluss wird der Wandaufroller einfach in die Halterung eingehakt. Nun testen wir das Ganze einmal. Der Schlauch lässt sich gut ausziehen und das Arretieren klappt mit bei seiner langen Schlauch sehr gut. Der Wandaufroller kann durch seinen komfortablen Gummigriff ganz leicht aus der Halterung herausgenommen und wieder aufgesteckt werden. Der Schlauch ist laut Hersteller verdrehsicher und mit Gewebeverstärkung ausgestattet. Er macht auf uns einen sehr stabilen Eindruck. Auch die Schlauchbox und der Schlauch Einzug wirken stabil. Der Schlauch wird durch den Soft Einzug gleichmäßig ab- und aufgerollt. Kommen wir nun zu unserem persönlichen Fazit. Wir würden den Wandschlauchaufroller von Parkside all denen empfehlen, die gerne einen bequemen Weg zum Wässern ihres Gartens suchen und für diejenigen, die mit einem 25 Meter langen Schlauch für ihren Garten gut auskommen. Der Wandaufroller ist recht leicht, kompakt und kann ganz einfach an der Wandmontur herausgenommen werden. So kann er beispielsweise auch vor Diebstahlgeschütz gelagert werden. Dadurch, dass der Schlauch durch die Aufrollautomatik bequem selbstaufrollend ist, ist das lästige Aufrollen per Hand kein Thema mehr. Gerade für Menschen mit wenig Kraft oder ältere Menschen profitieren hier von einem solchen Wandaufroller. Doch auch für andere, die einen Platz an der Wand erübrigen können, ist der Wandschlauchaufroller von Parkside eine gute Alternative zum herkömmlichen Schlauchwagen, die im Garten sonst herumgeschoben werden müssen. Wir hoffen, euch hat dieses kleine Video gefallen. Wenn ja, dann lasst uns doch gerne ein Abo da, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Schaut euch auch gerne unsere weiteren bereits erwähnten Videos zum Thema der Bewässerung an. Die Links findet ihr unten in der Videobeschreibung. Falls du eher ein Freund des schriftlichen Wortes bist und dich für das Thema Garten interessierst, schau gerne unserem Gartenmagazin unter www.gartenzeile.de vorbei. Bis zum nächsten Mal.